Willkommen in der Giseler Apotheke Gauting. Unser freundliches und kompetentes Team berät Sie mit Engagement und Kompetenz bei all Ihren Fragen zur Wirkungen und Nebenwirkungen von Arzneimitteln. Darüber hinaus sind wir Experten in Sachen Ernährung und Körperpflegemittel. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Apotheke ist unsere Kosmetikabteilung. Lassen Sie sich von unseren Experten wertvolle Tipps zu Produkten und Anwendungen geben. Nah am Mensch, das ist uns wichtig. Wir sind ganzheitlich für Sie da. Von Ihnen bestellte Medikamente liefern wir Ihnen noch am selben Tag direkt zu Ihnen nach Hause. Wir finden gemeinsam mit Ihnen auf Augenhöhe die für Sie optimale Lösung. Ob auf Deutsch, Englisch oder Bayerisch, wir sind für Sie da. Giseler Apotheke – gesund werden, gesund bleiben.